Hallo Leute, willkommen zur Folge 3 von Minecraft Mountains. Ich habe was Schlechtes mitzuteilen. Also, Problem ist, ich habe eben... Ich habe vergessen auf Aufnehmen zu drücken. Und deswegen ist eine Folge wert an Sachen, die ich gemacht habe, weg. So. Hoffentlich könnt ihr mir das verzeihen. In dieser Folge bin ich da hochgegangen, bin fünfmal gestorben, wie ihr hier im Chat seht. Ich bin da hochgegangen, habe verschiedene Arten von Holz geholt, habe die hier platziert. Dann bin ich hier runtergegangen, habe gesehen, dass das hier voll cool ist. Wollte da wohnen. Deswegen habe ich eine Brücke gebaut. Um einfacher hier hochzukommen, habe ich eine Treppe gebaut und habe hier geteraformt. So. in der Aufnahme, die nicht geklappt hat. Okay. Jetzt, ich brauche Zäune, damit ich meinen Zaun fertig bauen kann. Ich brauche Holz. Oh, da ist ja direkt ein Baum gewachsen. Finde ich sehr cool. Okay, ein bisschen Holz. Ich glaube, das reicht. Dann zurückschwimmen. Dann zurückschwimmen. Am besten schwimme ich direkt davor. Da ist ein Creeper. Da muss ich vorsichtig sein. Nein, 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 bitte bleib weg, bitte bleib weg. Nein, 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 nein. Glück gehabt. okay dann brauche ich mir einen Zaun und unsere Zäune, ich habe keine Ahnung ja so, damit hier auch ich gehe doch da jetzt nicht hin ich brauche mehr Zäune so und so ich trage dir das das hier wird mein Vorgarten dann baue ich hier einen coolen Wasserfahrstuhl der nach da oben geht und da oben ist dann meine Base genau so will ich es machen okay jetzt brauche ich mehr Holz dann mehr Holz abbauen muss ich um mehr Holz abbauen zu können ergibt Sinn sehr viel Sinn sogar vielleicht soll ich mir ein bisschen mehr Holz mitnehmen wäre schlauer okay so, Thema habe ich, äh, keins wie immer weil ich es einmal vergessen habe ja ein bisschen doof, aber kann man schon wenigstens funktioniert jetzt die Aufnahme so, dann benutze ich das einmal hier ein paar Zweine ich platze hier die hier hin da oben ist eine spinne ich kann ihn gerne bleiben solange sie mich nicht angreift so, 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 so ich muss voll aufpassen wegen dem Creeper wo ist der? ich würde es gerne wissen ich mag nicht, dass mein Haus jetzt verschwindet also mein nicht existierendes Haus äh, da ist ja direkt ein Wald das heißt halt die ganze Zeit hochzugehen und zu sterben war alles umsonst ach, egal ja, ähm ich spiele sehr gerne Minecraft wenn hier ist nicht schon, ähm keine Ahnung, bemerkt habt, während ich nur Minecraft-Videos mache ja, ähm äh, okay ich brauch mehr Zäune äh, damit ich nicht runterfalle war doch deswegen, oder? ich weiß es nicht mehr egal ich brauch mal mehr Essen ich verhungere hier schon immer fast okay, so hier mach ich's hier mach ich's so das sieht ein bisschen hässlich aus vielleicht soll ich hier einen Baumstamm platzieren oder so, eine Treppe baue ich hier auf jeden Fall eine Mauer eine kleine und hier ist dann sowas ja, so ist halbwegs sicher genauso wie ich's brauch halbwegs sicher niemals ganz sicher sonst ist es nicht sicher sicher, 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 irgendwo sicher ach, egal äh, ich glaub die heutige Folge wird auch nicht so lange sein weil ich keinen Bock mehr hab aufzunehmen weil ich eben 30 Minuten oder so aufgenommen hab nur damit meine ganze Aufnahme weg ist weil ich nicht wirklich aufgenommen hab okay ich hab auch gesagt dass ich von hier nach da eine Brücke bauen will und ich wollte das hier noch abzweilen ich könnte ja eigentlich einen coolen Parcours bauen oh, Zombie oh no no okay, das reicht mir ich brauch mehr Essen aber erstmal geh ich schlafen in meinem tollen Bett was wir uns der letzten Folge gemacht haben falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt sie ist, äh ähm in welche Richtung ist das? rechts oben beim i ist verlinkt und da ist auch die ganze Playlist also in der ganzen Playlist ist die verlinkt ja irgendwie so okay es ist Tag diese Brücke sieht hässlich aus ich muss die irgendwie verbessern ja, ah ja schreibt mir die Bauideen bitte in die Kommentare letzte Folge hab ich keine Kommentare warum kommen was ich bauen soll also ich werd wahrscheinlich in den Kommentaren einen Kommentar schreiben was für Bauideen und da schreibt ihr dann einfach als Antwort was ich bauen soll bitte ich brauch Bauideen mir ist so langweilig ah ja und ihr könnt spekulieren was dieses neue Projekt ist was ich letzte Folge angekündigt hab ja irgendwie so also vielleicht ich weiß noch nicht ob es existiert wirklich okay okay so Sticks so so und so so okay perfekt das ist 1A perfekt okay ich hab in dieser Folge bis jetzt nur Zäune gemacht aber eigentlich hab ich hier mehr gemacht aber ich hab keine Lust mehr ich beende jetzt einmal die Folge ich hab keine Lust mehr die Spinne sagt auch Tschüss okay das war's für die heutige Folge wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht klappt's dann ein bisschen besser ich kann ein bisschen mehr machen vielleicht brauch ich in der nächsten Folge mein Haus wer weiß wer weiß dieser schöne Halloween Skin ich hab auch ein Weihnachts Skin und so ja dann Tschüss und Like und Abo nicht vergessen Tschüss